So, willkommen zu einer schönen Runde Black Ops 2. Ich habe es immer zum Laufen gekriegt, mal mit konstanten 60 Frames aufzunehmen. Oh, das ist schon der erste Gegner, was? Ja, ich mache jetzt nur einmal aus Spaß, jetzt mal Bock wieder auf Black Ops. Und ich dachte, wir nehmen das mal kurz auf. So, ich habe das hier eine geile Spray-Action hier, wie wir es kennen. Oh, den auch noch mal mit. Oder so ein paar mehr Gegner, war. Ah, den auch noch mal mit. Oha, hitziger Einstieg hier. Also die Map hijacked. Also, wenn wer gleich was kennt, kennt ihr natürlich. Ich spiele mit den Killstreaks. Ja, die könnt ihr euch selber sehen. Eigentlich Drohne. Alter, ich spiele schlecht, ey. Voll noch an. Battlefield, gewinn, scheiße. Also, Drohne, Hellstorm-Rakete und Geschütze, weil ich bin ja nicht nur ein Mega-Pro-Gamer, wie ich es aber gerade sagte. Und die hohen... Ja, das hat nicht Skill. Ich will mit den Raketen drauf reinhalten. Die hohen Killstreaks kriege ich eh nicht, also ich spiele mit den niedrigen. So, ich habe die PDW am Start mit den standard-gemäßen Sprayer aufsitzen. Wie das jeder eins ist, der... Alter, wie er sich das einfach darauf packt. Ja, mal gucken, was wir hier so reißen und hijacken. Natürlich eine kompakte Map und ich sehe schon, die haben alle wieder ihre scheiß Schottis am Start. Deswegen habe ich eigentlich momentan das Spielen eingestellt, weil sie es nicht lassen können, die behinderten Schottis zu spielen. Ja, ich spiele jetzt mal ein geschmeiches Röntchen. Kommt, glaube ich, nicht jeden Tag mal mit 100 Black Ops, mal, wenn ich Lust habe. Ja, ich habe jetzt mal ein bisschen auf Einstellungen gespielt und jetzt kann ich halt 27p aufnehmen, aber damit mit konstant 60 Frames. Ja, wir spiele jetzt einfach mal. So, hier, den nehmen wir mal mit. Schnell nachladen. Nein, du auch nicht. Du auch nicht. Also, mach ich die gute Laune, ey, also ich habe von Anfang an Spaß gehabt beim Black Ops und bin nur bis dem Tag an, als ich dem, also, die scheiß, äh, in den scheiß Schottis rumgerannt sind, die richtig auf die Eier gehen. Okay, weil wusste, dass ich hier oben bin, komisch. Nein, den kriegen wir so nicht. Versuchen wir es halt mal anders. Dann wollte ich es auch nicht kämpfen, hier, komm. Gehen wir runter. Dann nehmen wir noch mal mit den Slotter, der Drohne. Den auch. Denk mit dir, ja, schon mal die Hellstorm, schon mal nicht schlecht. Also, für mich, äh, Pro-Gamer würden sagen, ach wat. Aber ich finde es cool. Ah, du kämpfst da rum, du scheiße. So, stellen wir mal ein Geschütz hier. Wo stellen wir das denn? Ich stütze mal hier ans Fenster. Auch ganz witzig. Welche Reißer, Jabbarz? Okay, das heißt gemein, gleich das Spawn-Campen hier, aber... Ach man, komm, scheiß doch drauf. So, jetzt mich nicht selbst töten. Irgendwie so. Mich dritter, Jabbarz. Deuer Abschluss, nicht schlecht. Jetzt spawnen jetzt wieder hier, das reißt mich zu viel weg. Ach, 16,5. Oh, guter Einstieg. Also, ich kann es auch sagen, ich habe eine 1,05 KD, auch nicht so mega schnell. Oh, scheiße, wie ich finde. Naja, kann man noch verbessern, aber... Ach, was soll man machen? So, äh... Geh nochmal außen rum. Aber ich glaube, wir sind gerade am verlieren. Dann bin ich mit dem Loop-Team hier schon wieder, ey. Ich bin jetzt auch nicht der Mega-Flangengeier hier, aber... Nein, nein, alter! Die scheiß Spray geht mir schon wieder auf die Eier, ey. Da bin ich schon wieder... Da bin ich schon wieder Battlefield reinschmeißen, ey. Wie ich das schon wieder sehe, ey. Alter, schmeiß ich schon wieder die Bettys hier hin. Alter, geht mir wieder auf die Eier. Oh, nicht Punkte gemacht, komischerweise. Da muss man gleich mal aufnahme gucken, ob das Haut nicht so laut ist, weil... Ich muss schon ein bisschen schreien, damit ich mich selber verstehen kann. Aber ich habe die eigentlich schon ziemlich niedrig gestellt. Oh, ich habe das abgelenkt. Sorry, wenn ich manchmal nicht so viel rede, weil ich muss mich ein bisschen konzentrieren beim Black Ops spielen. Naja. Das war jetzt nicht so schwer. Oh, man, die Scheißdäger gehen mir auch mal auf die Eier, ey. Oh, da war er erwischt. Du nicht. Nein, ich habe mich gestackt. Ich habe gestackt. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ne. Ich schaue den auch. Bravo, verlieben wir. 26,9, kann ich mit leben. Der liegt immer ein in deiner Ecke, ey. Da gibt es gar nicht. Das geht nicht stimmt, die zu Runden geht jetzt ja wieder so schnell um, ey. Na gut, komm, 27,9 für die erste Runde, nicht schlecht. Also nicht mal erster mit. 28,9, oh. Oh, jetzt sehen wir mal hier, wie ein Megapro-Skiller hier auch voll auf dem Leggen hier auch. Na, zeige mal, was du drauf hast. Oh, puh, ho, ho, ich habe mal skill, du. Oh, man, ey. Nice take, man. Na gut, lassen wir das sein. So, ich muss noch ein paar Pückchen holen, dann haben wir hier auch eine... Nein, ich brauche mal ein Pückchen hier haben. Meine Drohne schalten. Ich mache mal einen noch rüber. Nate hinterher. Kann man jetzt da schon eine Schock-Ladung hinschmeißen, ey? Na, komm, sieh. Alter, wie viele Leute da sind. Scheiße. Oh, wir sind eine behinderte Betty, ey. Wenn wir hier ein Geschütz entstellen. Also durch die Wand hier kann man... Wenn ich mal hier einen durchschießen kann, also wenn ich mal hier durch die Wand schießen sollte, dann kann man durchschießen durch die Wände, also das ist kein Warl-Hack oder sowas. Alter, ich bin ungewohnt, ey. Ich bin vollgewöhnt am Battlefield, ey. Geht gar nicht, ey. So. Verbündete Hellstorm-Rakete unterwegs. Komm. Na? Ah, einen erwischt. Einen nur angekratzt. Na? Ist ein bisschen gemeint von mir, aber die anderen machen es auch, also machen ich es auch. Fertig ist. Ah. Wir gegen Sniper kämpfen. Ah, und die PDB gewinnt. Na, kommt da nochmal. Ja, da ist er nochmal. Weiß ist ein bisschen spawn-campen, aber komm. Wir gehen da auf Angriff über. Scheiße. Nein, nein, nein. Oh. Also ich bin mit einer Primärwaffe, äh, keine Ahnung, keine Bock auf Pistole. Ich glaube, ich habe drei Aufsätze drauf. Also hier Schalldämpfer, Laserpointer, schnelles Magazin statt gemäß für Sprayer. Aber, um das Spiel kann man so nur mitgewinnen. Spray. Ja, machen es auch alle, also. Aber, Schottis regen mich noch mehr auf, also. Beim Spiel hier, hier ist es richtig schlimm mit Schottis und Raketenwerfer. Gehen wir alles auf die Eier. Wieso? Nur aufpassen, dass keine Sniper da kommen. Na komm, wir haben die PDB, wir sind hier auf Angriff spezialisiert. Jetzt gehen wir mal frontal hier drauf. Ah, hier ist noch ein scheiß Mongo wieder. Ja, den haben wir auch. Oh, war scheiße geworfen. Egal. Ah, wo ist der denn? Oh, wir haben uns gemessen. Äh, da. Was haben wir hier? Oh mein je. Die Type mit. Aber nicht einmal mit G&G mit Ziel sogar gekillt, ey. Das ist schon ein Weltwunder hier. Weg damit. Also manchmal ein paar Framer an Brüche, keine Ahnung. Aber ich hoffe, das stört nicht einzu doll. Spawncampen hier, sack. Aber läuft lustig. Also ich habe nur ein bisschen was runtergestellt und schon läuft das Füß hier. So einfach ging das. Aber ist jetzt nicht 1080p halt. Aber mache ich weiß sowieso nicht. Ich mache eigentlich mal 27p. Also 720, ja. Und das finde ich reicht auch. Ich finde immer... Scheiße, ich habe mich nicht aufgepasst. Also auch voll die Noob-Gegner. Der erste ist mit 1631. Und wir sind volle Pros hier, ey. Alter, einer hat fünf Kills weniger. Er hat mehr Punkte als ich. Ich kann ja so sagen. Nein, ich nehme mir auch kaum was ein. Aber trotzdem. Schön wieder durch die Wand. Also kein Warthack, habe ich schon gesagt. Durch die Wand kann man schießen. Alter, was ist denn hier? Ging hier ab, ey. Ist halt im Explodieren hier schon wieder. Malte, hat er mich noch erwischt, ey. Oh, eine Menge Kills, ey. Eine kleine Runde hier. Und... Wir gewinnen gerade wieder. Aber es ist ziemlich knapp, das Ergebnis. Wir haben wieder einen angekratzt. Ja, die haben wir auch vorher erwischt. Nein, den kriegen wir nicht mehr. Oh, Mann, ey. Zu langsam mit der Maus. Muss den Fili können wir vielleicht mal ein bisschen höher stellen. Oh, Alter, wie viele da wieder rumstehen, ey. Jetzt krieg ich jetzt mal eine Nade hier herangebuckt. Wird zwar nicht viel bringen. Doch, wird was bringen. Nein, Mann, ey. Das kommt auch vor, wenn man mal ein Spawncampen ist, ey. 5.8er Punkte, ey. Hammergell. Ah, Alter, wie viele Klinge da drin sind. Achso, wir wollten nicht gerade messen. Ah, scheiße, ey. Jetzt kommt, wenn man kein Schalter mehr drauf hat, ey. Ohne Schalter geht es einfach mal im Moment überhaupt nicht spielen, ey. Wir wissen aber alle, wo ich bin. Alter, den haben wir noch erwischt. Ja, haben wir noch gewonnen. 56.8er Punkte, sehr gute KD-fähig, finde. Aber leider nicht mit dem letzten Abschluss gemacht, dann ist der andere. Ja, die beiden Abschluss-Camps-Camps-Camps-Divoli. Und der hat doch gemessert, achso. Aber trotzdem wieder so ein Typ mit einer Scheiß-Shotty, ey. Also, leider nicht selber beste. Oh, Gegner gehabt, ey. Wie liefen die Dichte da, ey. Naja, äh. Das war die erste Runde. Ja, ich hau mal meine Folge raus, wenn ich mal Bock hab, keine Ahnung. Und ja, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute.